Hast du unsere Matheaufgaben gemacht? Ja. Wow, das ist Pete! Ihr Outfit ist teurer als mein Leben. Naja, dann warte mal ab. Wenn du Pete haben willst, musst du wie sie aussehen. Wir brauchen neue stilvolle Outfits. Ich weiß. Guck mal, was ich gefunden habe. Ein Outfit aus meiner Kindheit. Hm. Ich hab ne Idee. Hi, yo. Heute zeige ich dir, wie man wie ein Gucci-Model aussieht. Zuerst brauchst du irgendeinen Rock. Und nen schönen Rollkragenpulli von Oma. Ein gestreiftes Shirt. Eine wunderschöne rosa Jacke. Ein Kopftuch mit Leo-Druck. Hohe Absätze mit Socken. Irgendein Gürtel. Eine Sonnenbrille. Noch ein bisschen Pelz. Und... Du bist bereit für die Fashion Week. Das hier entsorgen wir mal. Hoffentlich treffe ich niemanden. Oh, bitte alles nur sie nicht. Ivy, versteck dich. Hi Ivy, was geht? Naja, nettes Outfit. Ähm, was machst du da? Hm, gar nichts. Ivy? Ivy, warte. Dein Handy. Ivy. Oh, bitte sehr. Danke. Wir brauchen neue Klamotten. Hey Giorgio, Armani. Wow, Jacob, Santifani. Der D&G, Bulgari. Affendi, Beck oder Jessica Valle. Oh, I can't choose. Oh, I can't choose. Wow, das ist so günstig. Ja, und ich will's haben. Das muss unsere Lieferung sein. Wow. Yay. Wow. Ah, oh. Jess, das ist ja furchtbar. Was? Was zur Hölle? Dad! Dad, kann ich Geld für neue Kleider haben? Für was? Für neue Kleider. Nimm meine. Nein, Dad. Bitte. Hm. Hm, 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 hm. Hm, kauf dir alles, was du willst. Ernsthaft? Dad glaubt, dass 20 Dollar ausreichen. $100 for that? Oh, my God. That would make sense if I were buying gold stuff. Those jeans are too big and those are too tight. I like those pants. I hope they fit right. That T-shirt's color is too bright. Oh, my God. Look at their price. Thank God they've got sellin' last night. Oh, wow. Oh, wow. Oh, nein. Nein. Ups. Du kannst es haben. Das sieht richtig gut aus. Wie viel kostet es? Was? Oh mein Gott, dafür muss ich eine Bank ausrauben. Jess, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht atmen. Ich bin hier. Lass mich mal. Das klappt nicht. Hilfe! Nicht schon wieder. Hast du den riesigen Rabatt da drüben gesehen? Wow! Ernsthaft? Ja! Verträgt den Sofas. Die Kinderabteilung. Das ist es. Guck mal hier. Wow! Das ist so viel günstiger. Lust auf ein bisschen Spaß? Ja! Und stopp! Greif zu! Stopp! Greif zu! Stopp! Greif zu! Wow! Was für ein cooles Outfit! Oh, sie hat das gleiche T-Shirt gekauft. Moment mal. Oh nein. Das war nein. Was ist denn los mit dir? Igitt. Ivy, warte. Hier, ich helfe dir. Alles weg. Würdest du auf ein Date mit mir gehen? Ja. Wie soll ich das auswaschen? Das ist total klein. Ivy, guck mal. Guck mal, was die Waschmaschine mit meinem Shirt gemacht hat. Oh. Kannst du mir helfen, ein Outfit für mein Date rauszusuchen? Okay. Oh, probier das mal. Hm, nein. Gefällt dir das? Hm, probier's mal damit. Wow, du siehst toll aus. Pete wird's gefallen. Ah! Oh, warum immer ich? Hi. Hey. Ups. Schon okay. Okay. Hey, du trägst nicht nur eine Oma-Hose, sondern auch ein Kleid aus der Kollektion vom letzten Jahr. Hä? Oh. Autsch. Autsch. Oh. Siehst du, sie sieht wieder so stylisch aus. Ist alles okay? Ja. Ja. Na egal. Guck dir mal mein Outfit an. Verleihen wir deinem T-Shirt doch einfach mehr Farbe. Und du machst dich hier dran. Wow. Wow. Perfekt. Wow, das ist aus der neuen Kollektion. Woher habt ihr so viel Geld? Naja, du weißt schon. Die richtigen Beziehungen. Oh. 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 Oh, let's shout. Oh, let's shout. Oh. Oh, let's bet. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020